Servus Startkollegie, am Donnerstag beginnt die World Senior Darts Championship. Mich hat es jetzt koroniert, ich bin also krank, werde aber versuchen, wenn ich am Donnerstag fit bin, da auch einen Livestream anzubieten, beziehungsweise dann auch am Freitag und am Samstag, denn bei der World Senior Darts Championship sind drei Frauen dabei, Trina Gulliver, Dieter Hetman und Liza Ashton. Die drei Spiele werde ich versuchen, für euch zu kommentieren und zu streamen, wenn ich es denn hinkriege, wenn ich denn soweit fit bin, dass ich das machen kann. Auf jeden Fall muss ich ja sowieso hier in Quarantäne bleiben und habe Langeweile. Von daher werde ich einfach mal Spaß daran haben, denke ich, da ein bisschen was tun zu können. Also freue ich mich, wenn ihr einschaltet. Außerdem ist am Donnerstag ja auch die Premier League, das bietet sich natürlich an. Die Premier League schaut ihr euch bequem im Fernsehen an und ich kommentiere euch dann parallel die World Senior Darts Championship, zumindest das Spiel von Dieter Hetman. Das wäre das zweite, würde ungefähr um 21 Uhr oder ein bisschen später stattfinden. Die spielen da nämlich Best of 5 Sets, je nachdem, wie lange die dafür brauchen. Also freue ich mich, wenn ihr einschaltet. Ich hoffe, es klappt auch. Und erst einmal bis dahin, Good Darts!